ich sehe nicht wie viel leben ich mehr habe oh mein gott das war jetzt totale glückssache wie komme ich denn hier runter eigentlich so so komme ich hier eigentlich hoch gar nicht oder was ja endlich ja Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, jetzt geh weg. Nein, du Schwestern. Nein. Ich wollte dich hier nicht hoch. Was ist mit euch? Ich hasse dieses Spiel. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich hasse dieses Spiel. Ich will hier runter. Ich hätte hier so viel Schönes einsammeln können. Aber nee. Ja, wie komme ich hier runter? So, wenigstens das Level up. Ich hasse sowas. Ich hasse es, wenn ich mich nicht ruhig umsehen kann. Okay. Karotte. Für diese Stufen hier muss es irgendwo so eine Kiste geben. Ja, die ist hier. Jetzt du Scheißwespe. Ich hasse Wespen. Schon wieder. So, jetzt schnell rüber. Ich schieße einfach bis die Munition alle ist. Ich mache mich jetzt nicht mehr zum Affen. Mach. Mach. Ja, eine Karotte. Super. Muss sich anscheinend mein Leben aufgefüllt haben ein bisschen. Warte. Nein. 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 Nein, 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 nein. Nein. Ich habe gesagt, nein. Ich habe gesagt, nein. Ich will nicht. Nein. 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 Nee, ist so klar. Es ist so klar. Also, das nächste Mal, wenn ich irgendwas hier sehe von irgendwelchen scheiß Sprungbrettern. Nee, die fliege ich sofort ein. Gibt es doch keine Diskussion mehr darüber. Hier wieder ein Checkpoint. Ja, das nützt mir aber nichts. Ich hasse es. Wieso? Ich weiß auch nicht. Wieso kann ich nicht ganz stinknormal? Nein. Nein, du kriegst mich nicht. Dafür kriegt mich die Schildkröte. Ja, nee. Ist klar. So. Nein. Ich hasse dich. Nein. Nein, 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 nein. Ich hasse diese Wespen. Ich hasse sie. Nee, dich lass nicht da. Eine Karotte war das. So. Was ist hier? Nein, 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 nein! Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe hier mich umsehen. Ich hasse euch, Wespen. Was? Nein, 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 ich will nicht, nein, jetzt lasst mich, ihr, lasst mich in Ruhe. Ihr Vollidioten, nein! Was ist das? Ich hasse es. Nein, ich warte jetzt. Nein, ich mache jetzt hier eine Pause. Ich habe keinen Bock mehr drauf. So. Ich habe jetzt den Saft getrunken. Jetzt habe ich mich beruhigt. Okay, gut. So. Dieses Level ist mir komplett eigentlich neu. Also ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Auch nicht in der Demo-Version. Aber was mir so auffällt, die Musik, ne? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, jetzt lasst mich in Ruhe. Bitte. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich will nicht. Was ist das für ein Scheißdreck? Ich will das nicht. Kann das keiner bitteschön verstehen? Ist das so schwer zu verstehen? Bitte. Jetzt hört doch auf. Mann. Bitte. Jetzt lasst mich einfach hier. Ach, Schesse, Schesse. Bitte. Ach. Endlich. So. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Hallo. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Jetzt lasst mich doch in Ruhe. Bitte. Ich fliehe euch schon an. Nein. Bitte. Bitte. Nein, nein, nein. Wartet. So. So. Nein. Nein. Bitte. Nein. Ich kriege keine Nerven zusammen. Jetzt lasst mich in Ruhe. Nein. Jetzt lasst es doch in Ruhe sein. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich. Ich war schon unter dem. Jetzt. Ach. Jetzt lasst mich in Ruhe. Bitte. Ihr Scheiß-Springbretter. Gott. Lasst mich in Ruhe. Bitte. Jetzt lasst mich bitte schön in Ruhe. Ich will doch nur meine Münzen. Scheiß Spiel. Jetzt lasst mich in Ruhe. Bitte. Okay. Okay. Gut. Wir gehen einfach hier. Oh Gott. Ich glaube, wir können hier nicht mal raus oder so. Nein. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich drücke nichts mal mehr. Guckt euch das an. Er macht das von alleine. Ich drücke hier gar nichts mehr. Jetzt ist er stehen geblieben. Bitte. Bitte. Ich möchte nur Ruhe. Nur Ruhe. Nur Ruhe. Wartet. Letzter Versuch. Nein. Ich war schon unter dem. Wieso? Jetzt guckt euch das an. Ich bin doch unter dem schon. Wie komme ich hier bitte raus? Kann mir das bitte einer verraten? Ist das irgendwie ein schlechter Witz oder was? Bitte nicht. Ich will nicht. Bitte. Jetzt lass mich bitte in Ruhe. Bitte. Lass mich bitte raus. Wie komme ich denn hier überhaupt raus? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, hier rauszukommen? Gibt es hier nicht eine Möglichkeit, rauszukommen? Ist das irgendwie... Das ist doch ein Witz, oder? Ich komme hier nicht raus. Kann man hier nichts machen? Wartet. Wartet. Okay, Helikopterchen, Helikopterchen. Okay. Okay, Münzen hätten wir jetzt. Jetzt ist noch nur die Frage. Okay, wartet. Ja, wartet. Wartet. Ja, wartet. Hier waren wir doch. Wartet, oder? Soll es so sein? Ja, wartet. Ich habe es. Wartet, wartet. Ich habe es doch gleich. Ja, ich bin draußen. Ich bin draußen. Ich habe es geschafft. Was war das? Leute, ich brauche hier eine Pause. Was war das? Kann mir das einer bitte schon erklären? Oh, mein Gott. So. Was hieß das? Was war das? Was waren das denn für Augen? Wieso wird das hier immer abstrakter? Oh, mein Gott. Hier greifen wir uns Augen an. Ah! Ah, guckt euch den Hintergrund mal an. Also, ich finde den total cool gemacht. So. Oh, nee. Nee, nee, nee. Nein. So. Pff. Pff. Oh, das kann doch nicht sein. So. Wartet, wie war das denn? Kann man... Kann man das hier in die Luft jagen? Oh. Okay, es funktioniert nicht. Ähm. Das hier aber. Wieder so ein Rohr. Nee, wartet. Ich will nicht so schnell. Wartet. Okay. Was ist das? Ich will nicht. Wo sind meine Eiswürfeln? Ich kann es nicht sehen. Ich glaube, ich habe alle verschossen. Nein, 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 nein. Ich protestiere. Ah. Okay, man kann hier... Man kann hier... Was? Was? Scheiße. Nein, 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 nein. Was ist das? Was? Ach. Ich will doch nicht... Nein. Was ist denn jetzt passiert? Ach. Ey, ich komme hier gerade... Ich bin hier so überfordert. Nein. Ich bin so überfordert. Oh mein Gott. So. Jetzt verpisst euch. Verpisst euch, habe ich gesagt. Nein, ich will euch nicht. Mann. So. Das auch. Ja, ich möchte alles. Wenn schon, denn schon. Na. Okay, da waren diese Sachen. Da waren dieses komische Spiel hier. Mann, wenn hier noch so dumme Sachen... Scheiße, was ist das? Was ist das? Okay. Okay. Mach doch nicht so. So, wartet. So. So, jetzt hierhin, wartet. Nee, 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 nee. Ja. Yeah. Jetzt haben wir unsere Münzen mal. Wartet. Oh Mann. Geht das sich so aus? Nein. Ja. Jetzt bin ich schon oben gewesen. Was macht der Strottelhase? Was macht der Strottelhase? Ah, ich bin hier... Ich weiß auch nicht. Ich bin einerseits angespannt, andererseits weiß ich auch nicht. Nein, wartet. So. Okay. Okay, ich glaube, das geht nur mit dem Bass, oder? Nee, das kann ich nicht machen. Ich kann das nicht öffnen. Psst. So, hoch. Hoch. Das geht aber. Das geht. So. Nein, schon wieder so ein Scheiß. Nein, oder? Mach doch. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Ach, bitte. Irgendwas. Ich weiß es auch nicht. Jetzt wird es witzig. Jetzt wird es witzig. Jetzt wird es... Boah. Wie sich das anhört. Dieser Hase, der muss doch behindert im Kopf werden. Was für ein Level. Was ist das? Was steht hier? Was steht hier? Ich weiß es. Ich kann es nicht lesen. Irgendwas mit... End up. Also das... Was steht... Was ist das Wort davor? Ich kann es nicht lesen. Nee. Okay. So. Machen wir jetzt einfach so. Oh, ja. Was hieß das? Wartet. Nein. Ich habe doch gesagt... Eigentlich habe ich nichts gesagt, weil... Ja. Wartet. Ich habe es doch gleich. Wartet. Wartet. Äh. Na. Wieso? Ja. Wo lag jetzt das Problem? Ja. Ja. Äh. Ja. Wartet mal. Wieso benutze ich eigentlich die Munition und nicht meine Unendliche? Ja. 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 Ja.